Die Volksbank Neckartal ist eine selbstständige und leistungsstarke Genossenschaftsbank und gehört mit einer Bilanzsumme von über 2,1 Milliarden Euro zu den großen Genossenschaftsbanken in Deutschland. Östlich von Heidelberg erstreckt sich das Geschäftsgebiet entlang des Neckars Richtung Odenwald und Greichgau. In dieser ländlich strukturierten Gegend unterhält die Volksbank neben dem Hauptsitz in Eberbach noch vier weitere Hauptgeschäftsstellen und 29 Zweigstellen. Derzeit beschäftigt die Bank 310 Bankmitarbeiter und 27 Auszubildende. In den letzten Jahren konnte die Volksbank ihre Marktführerschaft im Geschäftsgebiet kontinuierlich ausbauen und hat heute knapp 80.000 Kunden, von denen mehr als 46.000 auch Mitglied der Volksbank Neckartal sind. Als Genossenschaftsbank steht für uns die Förderung unserer Mitglieder an erster Stelle. Für mich als Personalleiter nimmt die Förderung unserer Mitarbeitenden aber mindestens einen genauso hohen Stellenwert ein. Gemäß unserem Leitbild, wir Mitarbeiter wollen die Besten sein, legen wir seit jeher großen Wert auf die Personalentwicklung. Bei der Suche nach neuen Wegen, um die Potenziale unserer Mitarbeitenden noch besser zu fördern, bin ich auf das DNLA-Verfahren aufmerksam geworden. Um zu erleben, wie DNLA in der Praxis funktioniert, haben zwei Kollegen und ich das Verfahren in der Praxis als Testpersonen durchlaufen. Wir haben dabei neben den sozialen Kompetenzen auch die Führungsfähigkeiten und das verkäuferische Potenzial gemessen. Nach den Auswertungsgesprächen mit dem DNLA-Berater Andreas Hoffmann waren wir drei uns schnell einig, dass wir dieses Verfahren zukünftig als Personalentwicklungsinstrument in unserer Bank etablieren wollen. Mittlerweile haben über 50 Mitarbeitende unserer Bank das Verfahren durchlaufen und die Rückmeldungen zeigen, dass insbesondere das Auswertungsgespräch mit den konkreten Handlungsempfehlungen einen echten Mehrwert für die Beteiligten bietet. Um zukünftig diese Gespräche selbstständig führen zu können, werden wir in diesem Jahr unsere Führungskräfte darin ausbilden, die Auswertungsgespräche allein mit ihren Mitarbeitenden zu führen. Gleichzeitig werden wir den Teilnehmerkreis am DNLA-Verfahren sukzessive weiter ausbauen. Wir sind überzeugt, dass wir mit DNLA unseren eingangs erwähnten Leitsatz »Wir Mitarbeiter wollen die Besten sein« untermauern und weiter fördern. Die Auszeichnung mit dem DNLA-Award macht uns sehr stolz und ist für uns gleichzeitig Ansporn, den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen. Leider können wir den Preis heute nicht persönlich entgegennehmen und sagen daher auf diesem Weg vielen, vielen Dank für diese Auszeichnung. Die Auszeichnung Die Auszeichnung Die Auszeichnung Die Auszeichnung Vielen Dank.